Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern, 3. Liga 2020, 2021, 90 Spieltag, FSV Zwickau gegen Kaiserslautern, Ergebnis 1 zu 2. Startelf von FSV Zwickau, Brinkes, Stradik, Frick, Fikorioa, Reinhard, Jensen, Schi, Schrit, Tüter, Starke, Koskun, König, Wolfram. Startelf von Kaiserslautern, Spahitsch, Hecher, Kraus, Schickeniger, Holzeck, Reiter, Hanslik, Schifftri, Ritter, Redondo, Pure. Das war's von FSV Zwickau gegen Kaiserslautern, 12.56 Uhr.